So, weiter geht's. Licht. Damit wir auch mal was getötet haben hier. Die sind echt übel, die Leute. Muss man jetzt schon mal sagen, diese Jünger. Boom. Die Deutschschlusslegende mal anders. Die machen halt echt viel Schaden, die Schlingel. Die hauen dich halt echt um wie nix, ne? Die Schweine. Diese miesen Schweine. Diese Ratten. Niemand. Niemand. Absolut niemand. Verrät den Overboss ungestraft. Und dann kann er noch so viel Schaden machen. Wer mich verrät, muss sterben. Ich glaube, ich loote hier jetzt gar nicht mehr alles. Nur noch fast alles. Ich will ja auch ein bisschen weiter kommen jetzt. Mist. Pass auf! Ne, auf der 5 haben wir ihn. Ach, Mist. Hab ich irgendwas getroffen? Junge Räuber ist ein guter Rechtschreibfehler. Ach komm schon! Ach komm schon, der war tot! Warte mal. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen und so. Ihr wisst Bescheid. Wir brauchen ein bisschen Schadensresistenz. Sonst fliegen wir hier zu schnell auf die Schnauze. Aber ich bin immer noch ausgetrocknet. So, jetzt aber. Das ist ja echt hartnäckig. Wir brauchen ein bisschen Schadensresistenz. Ach, darfst du, wirst du bezahlen? Okay, ich bin hier. Das wird's. Du wirst tot! Dafür wirst du bezahlen! Pass mich gleich an! Ich will sehen, wie schön du blüten kannst. Jetzt bin ich so. So. Ja. Weiter. Keine Drogen neben Kids. Das wär's. Was verfolgt was? Wissen wir. Ne encontrarmer, we frickin Don. Ich höre. Oh mein Gott. Wir sich nicht ordnen. Das war mal alles. Bei mir, hier. Wir haben Zeit torf noch nicht. Der BACK sind nicht mehr. Ja Party raus. Was erwartet? Ich hab mir jetzt aber ausges Renaissance. Was will ein���จ dann? Ihr seid und ein paar Kräfte nutzen. Ihr seid so wichtig, was kann Jageneration. So, Raketenwerfer-Power. Oh, der hat nicht ganz getroffen. So, dann ziehen wir uns nochmal eine leckere Nuka-Cola rein. Nuka-Cola, Kula. Nuka-Cola. Und dieser. Ist er tot? Der ist tot. Sehr gut. Geschafft. Willst du loslegen? Hey, Power-Rüstung! Die kommt genau richtig jetzt. Okay, Freunde der Südsee. Hallo? Power-Rüstung? Hallo? Hallo? Power-Rüstung? Das geht dir nicht. Willst du mich verarschen? Gerade eben ging die doch noch. Oder steigt jetzt jemand anders in diese Power-Rüstung? Ja. Ach, du steigst ein! Du Sau! Hey! 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 Das ist meine! Du blöde! Hey! Das ist meine Power-Rüstung! Du blöde Funz! Das war meine Power-Rüstung! Ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt bei dir! Ich glaube, es hackt ganz sauber bei dir! Ich hole mir die jetzt gleich! Bin drin! Ich hole mir die jetzt sofort! So! Meine Power-Rüstung! So! Niemand nimmt mir meine Power-Rüstung weg! Ich glaube, er ist hackt! Ich glaube, ich spinne, ey! Kann man doch nicht meine Power-Rüstung klauen! So! Siehst du, das ist meine! Der hat sich mir hart erarbeitet, diese Power-Rüstung! Warte! Viel, viel besser! Boom! Weißt du was? Ich werde noch weiter da drauf ballern! Boah, warum halten die so viel aus? Boah, warum halten die so viel aus? Aber das war es, was mir wert! So! Ich muss kurz mal regenerieren! Ich habe mich dagegen an! Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden! In Deckung! Keine Kraft! Der lebt immer noch! Jetzt nicht mehr! Das ist auch gut so! Jetzt nicht mehr! So, warte, 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 warte! Geh mal weg, Max! Dich habe ich sowieso gefressen! Ich will den Legendären looten! Oh, nice! Irgendwas wertvolles müssen sie doch dabei haben! So! Looten müssen wir nicht mehr! Wir lassen das auch! Das Looten lassen wir jetzt größtenteils! Wir ziehen jetzt durch hier! Äh, wo muss ich eigentlich hin? Obwohl, Munition geht immer! Da müssen wir hoch! Die Leute looten wir schon noch so ein bisschen! Die machen das Schuh! Genau! Geschafft! Die sollen mal selbst ein bisschen arbeiten! Wer mir das Zeug klaut, ne? Was zum... Was zum... Was zum... Komm her, komm, komm, komm. Komm. Boom. Schicker save. Nuka Power Rezept. Ja. So, das Ding will ich noch gern knacken. Ja. Oh, eine verstrahlende Gauss-Rifle. Sehr geil. Oh, es geht aufs Dach. Wie es scheint. Finden auf dem Dach der große Endkampf statt. Oh, okay. Du kannst den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Alter Schwede, wirklich? Die gehen mit... Die Wahnsinnigen gehen mit Atombomben auf uns los. Die haben doch... Die haben doch einen Schuss. Ich glaube die mögen ihren Overboss nicht. Misha, komm her. Ja. Jawoll. Oh doch Nisha. Oh doch. Ach, das war gar nicht Nisha. Das war ein legendärer. Das war ein legendärer mit nem... Alter. Das ist doch krank. Das ist doch so scheiße krank. Du wirst ne perfekte Leiche abnehmen. Tönen wir sie halt nochmal. So. Der eine ist aber noch da. Und der ist ein Problem. Du kleiner Mistkerl. Du dreckiger. Sonnischer. Das war's. Warte mal. Erstmal noch. Hat sie verdient. So. Weißt du was? So. Flieg. Und sieg. So. Flieg. Der hat mich echt sauer gemacht. So. 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 Vielen Dank.